Hallo, ich heiße Michael Hansen, bin verheiratet und Vater von zwei Kindern. Vor einiger Zeit haben wir uns dazu entschlossen, eines unserer beiden Häuser zu verkaufen. Dabei wurde mir vom Nachbarn Tim Hansen von der VR Bank Westküste empfohlen. Wir wurden von Herrn Hansen von Anfang an super betreut. Er hielt uns immer auf den laufenden Stand, war sehr zuverlässig und verfügt über Fachwissen. Sollte ich mal wieder in die Lage kommen, eine Immobilie zu veräußern, dann wäre Tim Hansen von der VR Bank Westküste meine erste Wahl.